Die Sonne ist ein Ball aus Feuer. Wenn du die Augen zumachst und dir die Finger in die Ohren steckst, dann kannst du das Rauschen dieses Feuers hören. Und dann? Dann hast du plötzlich Flügel. Flügel! Und dein Körper ist schwarz und gelb gestreift. Du bist eine Biene! Wenn du also eine Biene bist... Dann kannst du auch fliegen! Theoretisch. Gar nicht so einfach. Du bewegst deine Bienenflügel so schnell du kannst. Aber aus irgendeinem unbekannten Grund kommst du nicht hoch. Du hebst nicht ab, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Plötzlich machst du irgendetwas anders als vorher. Irgendwas. Du weißt selber nicht genau was. Und plötzlich bist du in der Luft. Und du fliegst. Ich fliege! Wir fliegen! Du siehst Erwachsene auf dem Weg zur Arbeit. Und du siehst Kinder, die schon auf dem Weg zur Schule sind. Sind das Freunde von dir? Schwer zu erkennen von so weit oben. Dieser Sommer ist schön, die schon auf dem Weg zur Schule reden. Wir bringen Vierkeürstatro 음식 zu nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020